diesen mensch nein egal okay ja vielleicht irgendwas irgendwas brauchbares vielleicht ach ups ähm Udo draus so die Lady so okay okay hm gehen wir kurz Pogo Center ja ich weiß das hört ja jetzt mittlerweile oft das ach hier guck mal hier sind noch Bären so so komm lass uns den Tragosu gönnen na komm nice gut gehen wir in den Blütenwald Blütenburgwald oh das kriegst du doch hin oder ja wir sind hier echt ein Vorteil gerade ohne Witz außer wenn wir jetzt einen Meter aus City sind dann müssen wir jetzt aufpassen Hypnose hm ne komm lass ja ein Blutzuck ja wirklich also hier sind wir gerade echt im Vorteil bist du auch ein Trainer ich habe mal einen Trank okay ich glaube die Tränke sind hier echt überlebenswichtig kann das sein so ich habe mal einen Bokeball wo ich mir aber eigentlich ziemlich sicher war dass dort ein Superball war aber naja gut ein Mirabler okay ein Funpi ist ja gut okay Käfersammler okay Level 17 für Wutut so weiter geht's Fampi ah jetzt kommt durch der Team Aqua vorziehen ne nee Team Magma äh okay mal gucken was er so ein Angebot hat ich mag ich mag nicht okay okay wie wir halt jetzt gar nichts ausrichten können ne scheiße ich bin dumm ich bin dumm das ist ja genauso schwach hm also da muss man jetzt was einfallen lassen wieso Alter der kann halt auch nichts machen Kingestein okay ähm triplette alter scheiße ein legt grad was ähm ja versuch mal ein Aero aus ob er da ob er da überhaupt was anrichten können das ist ne kritiker aber trotzdem ja ja das game ist also das ist leider lust es sei denn trago so könnte jetzt noch richten warte mal okay pass auf an idee idee okay tatsächlich hatte er eine bohnattacke das ist ein knocher rang oder wie es heißt pass auf den zwitschern um und der kämpfer trago so mit der knocher rang attacke alter lasst uns den pummel aufholen ohne witz so gut nur das teddy usa kann es sein dass die schwächer wir sind desto mehr pokémon tauchen auf ist halt echt so quatsch warte mal ist nochmal zurück gut jetzt sind auf immer doch ist ist doch ein unterschied aber vielleicht sollte ich trotzdem nochmal das ist das ist noch ein gut gut okay das ist ein scharlow ist so ein tanzer ein tanzer tanzer ich begrüße sie so ok Alles klar, dann wollen wir mal probieren Ich habe zwar jetzt nicht gerechnet, dass das ein Team Magma-Fuzzi ist, aber so Und er kann jetzt halt auch nichts machen, scheiße Greif doch an! Ich läuft! Ein Smogon Schade. Schade. Schmeißen eine AE-O-Rass rein. Ja, ja, ja. Schutschel. Ja, 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 ja. Gut, das haben wir auch. Level 10. Und Aquaknache, das ist ja schon mal was. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder drin. Nein. Oh, Toxin. Alter. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel das jetzt abzieht. Oh Gott, okay, dann müssen wir definitiv mit Aquaknache agieren. Das sieht viel mehr ab, ja. Okay. Sehr schön. Ein Kind rum. Naja. Kopfnuss. Scheiße. Zurückgeschreckt. Alter. Junge, Junge. So. Tomelhof. Ah. Also, unser Glück. Unser Glück. Das Sieg. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen, gerade. Aber es wird eh nicht von lange dauern. Ja. Okay, dann müssen wir uns... Okay, Dreck-Rösser lassen wir draußen. Auf jeden Fall. Als erstes. Danach müssen wir mal gucken. Ja, Stubi braucht halt auch eine Bohne-Attacke. Das ist ja auch das Problem. Okay. Geim-Power ist schon gut. So. Ja, trotzdem nochmal. Ach Quatsch. Bin ich hier falsch. So. Dann versuchen wir... ...nochmal unser Glück. Okay. Bisschen jetzt erstmal nicht mehr durchs Ruhrgras. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schwebe hat es ja nicht, glaube ich. Ich hoffe nicht. Oder doch. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ah. Ja, okay. So. Okay. 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 Sehr schön. Sehr schön. Auf jeden Fall, die Runde läuft schon mal besser. Aber jetzt ist das Trak ausgedruckt. Nee, doch nicht. Okay. Ja, das war klar. Das war jetzt drauf gehen. Gut. Alles klar. Noch schnell Erfahrungspunkt abgesnackt. Gut. So. Und du's da. Gut. Jetzt mal schon eine... ...Aquaknarre ein. So. Dann machen wir das gleich nochmal. Gut. Kind, wo wo rum? Da kann sich Hut-Hut drum kümmern. Ja. So. Weiter geht's. Das war ein Zwürlicht, ne? Ja. Aber ist schon cool. Ich muss echt sagen, ich find's gerade echt cool. Sehr gut. You are killing me. You are tough. So. Gut. 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 Yay, wir haben einen Superball. Gut. Ähm. Ich habe Clinton theoretisch. Also Tragosso und Dingens werden jetzt für ein Vorteil sein. Zerschneider haben wir ihn leider noch nicht. Ah, hier sind noch Trainer, ne? Das ist natürlich doof. Hier sind aber noch ein paar Items. Hier ist zum Beispiel noch ein Pokéball. Trank. So wie. Ein Supertrank. Und... Nichts. Gut. Ich würde zuerst sagen... Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir uns heilen. Weil das ist vielleicht die sichere Variante Und dann gehen wir zurück Und dann müsste, glaube ich, noch einen Doppelkampf auf uns warten Das wäre dann unser erster Doppelkampf hier So, ähm, schmeißen wir auf den zweiten Platz Und Hut, Hut, auf den ersten Jut Okay, eins, Nubel Bedroher Ey, Zahltag Z-Z-Z-Z-Z-Z-O Das ist, glaube ich, ein Elektrik? Ach nee, äh, ein Frisselblitz Sehr gut Ja, das läuft doch Level 10 Zwar, glaube ich, ein Flumen Ach nee Oh Fuck Ich glaube, Sternschaum wird nicht zu viel abziehen, ja So Sehr gut Ah, ich glaube, wir müssen Ja gut Darauf anlegen wollte ich jetzt auch nicht So Ach, hups Und da drüben war noch ein Pokéball, ne? Achso, stimmt ja Da kommen wir ja erst hin Wenn wir einen Zerschneider-Bugmon haben So L19 Wunderbar Wunderbar Wann kommt denn jetzt auf einmal so viele Pokémon? Was ist denn da los jetzt? Ich meine, umso besser Dann können wir ein bisschen geweiden jetzt hier Ohne Witz jetzt Das ist gerade ganz geil Sehr gut Sehr gut Ah, komm, auf die Level 20 bringen wir ihn jetzt noch hoch hier So Level 20 Nightshade Aber wie soll ich sagen, schmeißen wir jetzt mal Teckel raus Aua, geil Ein Noxu ist schon geil So Let's go So, gegen den haben wir schon gekämpft Jetzt müssen wir jetzt so Mit der Göre hier uns abkämpfen Okay Scheiße Alter Jetzt sind wir richtig overpowered gerade So Zwillinge Ja Ja, es ist tatsächlich Spotlight Taumeltans Ich bin Er wollte Powerpunch einsetzen. Lass mich erst mal kurz saven. So Erstmal gegen Red Kämpfen Ein Evoli Ja, komm, let's go So, Tragosso, dein Einsatz Geh auf, ey Na komm, greif an da jetzt So Ein Bisasam Das ist doch schön Futter für unseren Vogel hier Geil Glumando? Ach komm Den kriegst du auch so, oder? Sag ich doch Level 21 Und ein Shigi Sehr gut So Hat sehr viel Sehr viel zu sagen So So So